Boah, guck mal hier, rechts am Bildschirm, überall. Soll ich mal gegen kämpfen? Oh, nö! Oh, nö! Mann! Das geht weiter runter. Ich weiß nicht, was denn anders ist hier noch mit am Ziel aus. Hm. Ja, super. Tja, irgendwie, bringt das ja grad nichts. Wow. Naja, das sind unsere Halluzinationen, glaub ich, die uns jagen. Ach, ich denke, es ist gar kein Reden, alles für mich. Nee. Ja, du hörst ja auch diese Stimmen, die immer hier zu uns sprechen. Sehr, sehr einladend alles. Ah, was ist das? Weiß es nicht. Oh, es geht noch weiter runter. Oh, ich bin hier noch fast. Die Kacke geht aus, glaub ich. Ach, Mist. Die Kacke geht aus. Guck mal, dein Geisteszustand, oder? Ja. Ja. Der hat gar keinen Wert mehr. Mann. Kann man sich nicht jetzt irgendwas aus der... Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was suchen. War das denn? War das nicht hier? Was denn? Diese Blumenkette. Mann, 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 Mann. Das ist ja heute auch wieder der Teufel drin. Guck mal, die hält sich schon den Kopf. Die Arme. Ja, eine Blumenkette gibt's noch gar nicht. Oder? Boah, wo war die denn? Bist ihr sicher? Ach, hier! Müsst du das jetzt nicht wieder hoch... Ja? 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 Komm, geh wieder hoch. Aber es wird jetzt wieder hell. Du hast auch mehr Hunger und du bist dann jetzt. Gras. Wow! Oh! Alter! Das gibt's doch gar nicht. Auf dem Weg noch. Das bringt aber auch jetzt nichts mehr. Müsst aber schneller wenigstens. Mann. Haha, no! Alter! 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 Hala! Das kann doch nicht sein. Na guck mal, wir haben jetzt echt hier so'n Dorf gefunden. Ja, super. Kannst du nicht mehr in der Wiki gucken? Ja. Oh, guck mal. Die haben so viel Essen hier. Aber das muss doch wieder besser werden. Das kann doch nicht sein. Ich komme ja gar nicht mehr weiter. Jetzt geht's wieder nach oben. Ah, Mist. Na guck mal. Oh, oh. Oh, oh. Ja, wenn die mich verfolgen würden, dann würde das bei mir auch wieder runter gehen. Oh, oh. Oh, oh. Nimm ihn noch. Nimm noch die fette Sau. Mann. Ich gucke, ich habe eine Art, was du machen kannst. Oh nein. Habe ich jetzt noch reingenommen? Ich dachte, der wäre vielleicht richtig, der Pilz. Aber guck mal hier. Oh. Boah, ich konnte mir hier so gut ein Lager aufbauen, ne? Ja, aber wir sind gleich tot. Mann, das ist ja ein bisschen nervig, muss ich mal ehrlich sagen, dass die uns die ganze Zeit verfolgen. Wir haben ja überhaupt gar keine Chance gegen die. Nein. So, mal wieder ein bisschen was zu mir genommen. Dafür kommt der nächste. Ich glaube, der mag uns nicht. Boah, wir sind wieder voll. Fast. Also vom Hungergefühl her. Oh, der ist auch weg. Ich versuche hier die Charakten zu schnappen und hier alle zu essen. Vielleicht bringt das was. Kann aber auch sein, dass ein Schweine hinterm anweist. Nein, glaube ich nicht. So. Ich hoffe, das bringt was, wenn ich jetzt noch röstle, dass ich ein bisschen mehr Energie wiederkriege. Moment, ich gucke jetzt gleich mal. Äh, ich muss mal hier Platz schaffen. Zwei. Ja, aber das musst du wieder aufhören. Das ist, das kann nicht sein. Oh nein, jetzt wird es auch noch dunkel. Ich hätte wirklich aufpassen müssen, was ich für Pilze zu mir nehme. Aber wir hatten ja das Problem auch überhaupt gar nicht. Nee. Hatten wir noch nie. Nee. Nee. Ja, ich kann jetzt die ganze Zeit hier rumlaufen. Aber ich muss auch irgendwann wieder hochgehen. Ja, 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 genau. Leg ich mir auch. Ja. 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 Die grünen, die grünen, die grünen, die hatte rote genommen. Ich glaube, die roten waren nicht gut, aber was machen die grünen? Ja. Ja, super. Keine Ahnung. Und es ist noch nicht mal richtig dunkel. Ja, Freunde, das sieht gerade ein bisschen spannend aus, glaube ich Ach, Mann, tut mir leid, aber ich habe wirklich gerade keine Idee, was ich hier machen könnte Ich überlege schon die ganze Zeit Aber irgendwie fällt mir da nichts ein Also, ich weiß nicht, wie ich den Geisteszustand wieder hochbekomme Hunger hat er keinen oder hat sie keinen mehr Und ja, Energie ist auch wieder ein bisschen hochgegangen Tja Wir werden die ganze Zeit vor diesem penetranten Fisch Oh nein, oh nö Jetzt kommt zwei Also, du kannst wohl auch schlafen, aber Wir haben einen Ausflug, jetzt auf Ein Zelt oder sowas Nein Also, ich bin wirklich da ehrgeizig Ich möchte nicht sterben Ich versuche das wirklich jetzt irgendwie zu überleben Nein, noch weiter Dann sagst du, die Nacht ist fast zu Ende Ah, das hört ja einfach nicht mehr auf, ne Das ist ja wirklich seltsam Ei, 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 ei Eins, ja super Ja, aber da muss man doch irgendwas gegen machen können Hallo Ich will da was gegen machen können Ich brauche ein Gegenmittel Baldrian Kamillentee Eins Wir haben immer noch eins Aber eins Das ist viel zu wenig Was sollen wir denn mit eins anfangen? Besucht man, äh, Pflanzen zu essen Ja, was für Pflanzen? Alle Pflanzen Ja, ich hab hier Beeren Ja, richtige Pflanzen Ja, was sind denn richtige Pflanzen hier? Gras Ja, das sind, äh, hier rechts Die Dinger Die Dinger, das sind Blumen Ja, komm, das ist einfach mal Ja, ja Oh Okay Und jetzt? Das ist nichts 17 Ja, cool Aber warum muss man den Pflanzen essen, um wieder glücklich zu sein? Sind das Ist das vielleicht hier so Sind das Ja, ist das Baldrian? Ja, es wird besser Aber da muss man ja Unmengen davon essen Und wir haben ja diesen Blumenkranz Ach Schon wieder so ein Monster Okay, ich bin bemüht, das zu ändern, Leute Ich werde mich beeilen Das sieht schon besser aus Ich gelobe Verbesserung So, hier sind noch ein paar Das dauert aber ewig Ewig Wir haben auch noch andere Pflanzen, oder? Haben wir nicht noch andere Pflanzen? Das wird wirklich besser Ich glaube, so auf 25 64 haben wir Ja, ja Ja, aber es wird auch Ja, es wird leiser, ne? Ja So Ich mach mal ganz kurz hier Weil ich grad hier bin Könntest du führen, wenn ich vor allem gleich deinen Lager aufschlagen? Das wäre optimal Das dachte ich mir eben auch Dann noch vielleicht so ein paar Mauern da hinten und so, ne? Ah, hier, da kommen wir da hinten Und da ist auch noch eine Aber man weiß ja wirklich nicht, was eigentlich noch erwartet Das ist ja Das ist fies, ne? Ja, was die Sicht da wirklich überlegt haben Die Entwickler Also kommen die Mäntler mal an dieser Stelle Das ist unglaublich So Ja, ist weg So, ja, ich Ich nimm die Pilze mit Aber ich weiß nicht auswendig, was die jetzt bringen Hab da eben noch nicht so drauf geachtet Ja gut, also Weil, ähm Wenn der Geisteszustand runtergeht Blumen essen, fressen Fressen, aber wirklich Also Nur so reinstopfen Vielleicht kann man die aber auch kombinieren Weil Ah Die Wirkung war ja relativ gering Wie viel brauchen wir denn? Drei, oder? Ähm Wow Weiß ich's nicht Eins Und noch Holz Äh, ja Dürfen wir das noch? Ja, komm Oh, guck mal hier, immer noch Eine große Tanne Ne, Geistesgegen Der Geisteszustand ist immer noch relativ gering Aber es geht auch so weiter hoch jetzt Aber du siehst Jetzt sind die Blasser geworden Ja, ja Und ich glaube, jetzt greifen die auch noch nicht an Aber da haben wir ja wieder was gelernt Genau Nächstes Mal wissen das Oh, oh Die greifen doch an Weiß ich nicht Oh, guck mal Die sind noch schwächer Ah Jetzt hat er aber nicht angegriffen Es geht auch weiter hoch Ja, boah Ach komm, ich tu den jetzt weg Ich weiß nicht, was der bringt Ich hab keinen Platz gerade Ja, da ist er nicht angegriffen Ich hab keinen Platz Ja, da ist er nicht angegriffen Vielen Dank.